Ja, wer kommt denn da? Der Viktor Orban, der alte Vorzeige-Europäer! Du Jean-Claude? Ja, nimm den Viktor doch mal mit und spiel ihm unser Lied vor! Viel Spaß, ihr Racker! Ich liebte die Europäer, doch jetzt nicht mehr so sehr, denn dieses Egoisten-Pakt hat's wieder mal total verkackt. Zum Beispiel sagt der Schwanier zum Syrer und Somalier, ihr kümmert uns nen Scheißdreck, ihr fresst uns nur das Eis weg. Es sagen selbst die Polen, bei uns gibt's nix zu holen. Schade, dass auch Lettland kein freies Bett fand. Nur der Viktor Orban sagt, zu Flüchtlingen hab ich nen guten Draht. Ich als Populistenschwein, lass die in Ungarn ungern rein. Wenn doch, dann geben wir denen was, zum Beispiel ordentlich Tränengas. Da bauen auch die Ästen nen Zaun und zwar nen Festen. Dann stellen sich die Tschechen quer bis zum Erbrechen, genau wie der Depp aus England, der's bei sich zu eng fand. Und fragst du in der Slowakei, ist immer nur ein No dabei. Euer Rumgeseier geht uns auf die Eier. So, ich glaub, das war's. Leck mich am Arsch!